Ich guck gleich aber mal nach. Wie sieht Koppel denn aus? So, mit Rechtsklick kann man im Hintergrund bauen, ne? Ja, ja, genau. Hackeln halt anzubringen. Und das Ding ist, ich weiß nicht mehr... Ach ne, warte mal. Willmus ist im zweiten Inventar. Ja, ja, genau. Ne, hab ich nix. Wie gefällt mir das mit dem blauen Stein? Ja. Also halt, wie gesagt, so richtig das Spielziel hab ich hier auch nicht. Aber ich mein, das ist wahrscheinlich halt wie Minecraft eigentlich, ne? Ich wollt grad sagen, ja. So, dass es eigentlich wirklich hier viel mehr gibt, ne? Dass man alles so klauen kann oder irgendwelche, ne? Richtig. Ja, hier kannst du halt viel vom, vom, vom Standard her machen. Nicht so wie bei Minecraft, wo du dann wirklich Server-Mods machen. Wo du vermust. Oder generell-Mods. Brauche ich den Silber-Ohr schon, ja. Irgendwie, aber irgendwie geht mir auch dieser geringen Schwerkraft schon auf den Sack. Irgendwie willst du so ein bisschen hochspringen und einfach fliegst du schon. Ja. Ja. Ja, aber vorhin auf so einem Asteroiden-Planeten gewesen, ja, ey. Alles voll Lava. Echt? Weil du auch so in Lava immer gelandet bist. Oh. Das ist einfach nur nervig. Ich mein, die Monster auch, also so. Hä? Wer denn eigentlich, wer, wer fliegt zuerst in die Lava? So. So. Der erste Häuschen ist geschaffen. Wo haben wir jetzt ne Tür? Was mich auch gewundert hat, ist, dass, äh, man braucht irgendwie überhaupt keine Axt. Du kannst ja alles mit der Spitzhacke machen. Ja, ja. Ist auch wahrscheinlich noch nicht ganz ausgereift. Und natürlich unten ne, ähm, Hacke für das Feld braucht man natürlich. So, jetzt haben wir hier ne Atombunker-Tür drinne. So, hier gab's ja auch irgendwie so ein Quest-Lock, ne, was man so machen muss. Ja, und wer musst du ein Crafting-Table noch machen, oder? Ähm, wenn du was zum Anpflanzen hast, dann mach das mal da drüben. Also hier jetzt. Ja, da auf die... okay, denke ich. Das ist das Inventar auf I, ist es doof. Äh, wo hab ich denn, wo hab ich denn? So. Ein Zeppling. Aber hier steht nicht, was das für Zepplings sind. Ist egal. Äh, solange es nicht so ne großen Töpfe sind, sind das... Also diese großen Töpfe sind halt Bäume. Ah, okay. So ne kleinen Dinge halt. Und das kann man eigentlich alles essen, glaub ich. Kleine Dinge. Bomben sind auch keine. Und das Gute ist, hier können Monster nicht die Felder zerspringen. Über Minecraft. Das ist so schön. So. Ja, wie ging jetzt nochmal... So. Wundenplanks. Huntingbow. Okay. Wie konnte ich denn jetzt nochmal... Ah ne, dafür brauch ich ja Wundenplanks, ne? Für, für nen... Was, was, was möchtest du jetzt? Ein Crafting Table. Ja genau, da musst du Holzplanken machen und... Was, was? Was, 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 äh. Wel dan! Wundenplanks. Wundenplanks. Ja, die ganze Markt wil umführen. Wir nehmen eine geringe Rezepte. Fähigkeiten fuhl und besitiv... Okay, ich kann's nicht lesen. Ach! So, Beinahne, du wirst es wahrscheinlich beginnen... Und das ist ja auch geil Da hättest du ja eigentlich die ganze Zeit Deine Mission nicht machen brauchen Dann wärst du nicht hungrig geworden Okay Da stand eben Ab jetzt empfindest du halt Hunger Vorher ging meine Leistung nicht runter So Wie kann ich denn Jetzt ein Miet machen? Dann brauch ich glaube ich eine Kochstelle oder sowas Hast du schon Alienfleisch? Ja Brauch ich nicht Eins Nö, dann brauchst du genau Ach nee, hab ich gar nicht, ich hab nur einen Ofen gemacht Ein Campfire brauchen Da Guck Guck mal runter Guck mal runter Wettbasteln Wettbasteln Äh Auf jeden Fall mal oben zumachen Damit nicht irgendwie die Monster hier rein springen und uns verkloppen Guck mal runter Da draußen kriegt doch schon so einen riesen Monster Naja, ich Organisiere da mal was Ja, aber es gibt richtig Paar richtig geile Waffen Also ich hab hier von so einem Wachen eben Ich hab ja ganz so ne Burg halt Ja, erzähl So ne Wachen halt so ne Axt Die hat irgendwie zehn Schaden gemacht Hast gehauen Und dann hat die immer noch so ne So ne So ne So ne Energiekugel nach vorne geschossen Also du hast also geschossen Wenn du normal gehackt hast Hat das den geschossen halt und so Ok Echt cool Na komm her Zwei Schläge Boah Wie kann man hier zwischen den Äh Baumodi wechseln Äh Du meinst klein Ja Äh Shift drücken Ah So So Jetzt schnapp ich mir mal dein Bett Ok Jaja Wie gesagt Die Nächte gehen ja eh nicht vorbei Also das war wirklich nur zum Anfang denk ich mal zum Regenerieren Mhm Dann erstmal So 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 Mal kurz gucken Ist grad noch nicht so richtig Ok Wir brauchen ein Campfeuer und ein Hast du schon Koppel gehabt jetzt? Äh Ja Ach Buddelst du dich hier grad runter? Ich hab ein bisschen gebuddelt Also ich bin Hast du schon Einen Ofen gebastelt? Äh Ich muss erstmal Alienfleisch noch finden Achso Ich weiß aber Ob du das ist Kommt ja im Laufe der Zeit Das ist solche Koppel was ich grad abbau oder? Jaja Genau Nee Hä Wieso Kann nur das jetzt hier nicht in meinem Ach doch da oben Ja Willst du einen Ofen bauen oder? Jo So Ich muss erstmal diese vorgegebene Quest hier machen und dann Hauptsache du rufst das U-Wohn ey Doch Direkt über unserem Haus Genau Ist das jetzt der Stein Axt hier oder? Das ist ja genau ne Stein Cool Ich find das ja auch mit dem Wasser so cool ne? Wenn du da scheiße baust, dass dann das Wasser komplett abfließt Achso ja Hm Was ist denn da? Iron Ore Was ist denn da quasi die ganze Zeit immer Diablo gezockt oder wie? Ja Welche Zeit? Mit der letzte Zeit oder? Ja Jo 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 Und dann könntest du ja nicht wirklich einen Raid suchen, worauf es ja eigentlich am Ende ankommt. Hm. So, und dann... Ach, kommt es an, einen Raid zu haben, wo alle arbeitslos sind. Richtig. So, tack. Muss ich auch erstmal hier mit den Richtungsgeschichten anfreunden. Ähm... Was? Irgendwie ist dieser Planet richten Rohstoffarm, hab ich jetzt. Nee, so mit dem links und rechts gucken, dass du das ja mit der Maus machst. So. So, wo haben wir denn den Kackofen jetzt hier? Stone for Nanse. Craft. Wie hab ich denn jetzt zwei davon? So. 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 Next we need to get you some armor. Working with metal requires an unveil bug before we can craft one you'll need. Obtain two iron ore and smelt it in a furnace. Ach nee, eh nicht schlau. Da geht's dir nämlich. Fertig ist ein paar關elungen, oder? Abonniert ein paar Heier und drei. Erlange. Hier ist eine Erlange. Oh, wir gehen jetzt. Die Erlange. Die Erlange. Die Erlange. Die Erlange. Die Erlange. Der necess ist ein paar Arte. So, ich rufe dir mal das Alien, ne? Hm, du es. Dein Schiff-Engine ist nicht so stark, Inas, um dich zu über den Alpha-Sektor zu nehmen. Craft ein Distress-Beacon und vielleicht kannst du mit einem größeren Schiff. Make sure you are ready and anything, before you do. Ja, genau, ich behörde es jetzt. Ja, wie kommt man jetzt hier nochmal an Benzin ran? Kohle ist auf jeden Fall Kraftstoff. Ah, okay. Irgendwie ein Kohle ist zwei Kraftstoffe. Dirtblock? Weiß ich nicht. Ach ne, scheiße, ich hab ja noch gar keine Kohle abgeboten gehabt. Wär zu lange, genau. Gehen wir nach links rüber. Und schauen wir mal, ob da was... Ja, spring schon. Dann krieg er hin. Ja, spring schon. So ein Achterein? Oder an den Vogel, ne? Ja. Oh cool, dann sind die Bäume entwachsen. Ja, unsere Pflanzen auch schon. Ja, ich hab schon mal geerntet, weil ich fast verhomert bin. Mit Alt konnte man das einblenden, ne? Geht das, ähm... Hungrig sein auch weg, wenn man schläft. Ne, ne? Ne. So, was haben wir denn hier alles schönes? Die ganzen Saplings. Toxic Waste Barrel. Ist genau das, was wir brauchen in unserer Bude. Oh, ich hab hier noch eine andere Zweihandwaffe für dich. Ist das deine alte, oder? Ne, ne, ne. Die hat Damage per Swing 6 und DPS 11. Und ich hab... Damage per Swing 9 und DPS 7. Ja, dann kannst du die vielleicht mal geben, ja. Das ist so ne Hacke, so ne Pieke-Dings. Ja. Gucken, dann muss man erstmal mit klarkommen, mit so ner Pieke. Ja. Aber die ist cool aus, mit diesem Hieb, der da vorne geht. Ja, ich würd vorschlagen, wir sammeln jetzt hier... Bisschen was ab und dann... Geben wir aufm anderen Planeten. Das dauert ein bisschen, ne. So. Wo hab ich denn jetzt das Fleisch da... Jetzt hast du dir dann... ...was gekocht hier, oder? Ne, wieso? Ich hab hier die geerntet und die Früchte ge... Ach so, okay. Ich kann ja mal hier drauf was hinwerfen. Banane. Ich würde mal eh für Inventar drücken, wie bei Minecraft, scheiße. Die Banane, die kannst du essen, ich hab schon wieder alles neu gepflanzt. Ja, ja. Ach so, ich würd da jetzt mal kurz weg gehen. Achtung, 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 oh scheiße. Ach, die hat einen größeren Radius. Boah. Wie verrückte. Hä? Der Fisch ist gerade aus dem Wasser in die Luft geflogen. Weil er es kann. Okay. Okay. Oh, hier, Dorf. Nee. Freund oder Feind? Nimm mal, steck die Waffe auf jeden Fall ein. Erstmal. Äh. Ich glaube oft nur Klamotten. Ach, du kannst es kaufen aber. Mhm. Cool. Ich hab bisher immer nur welche gehabt, die du gar nicht machen kannst. So, das war mal. Ich hab einfach nicht auf dem Wasser. Ich hab nach innen. Ich hab noch nicht auf dem Wasser. Kit, wie ich weiß. Ja, Law's ist dein, was du. Ja, das war's. Ich hab dich entflogen. Ja, ich hab dich. Ich hab dich gefangen. Ach, du hast du Angst.